Das ist wandelsicher, der Podcast übers Leben, präsentiert vom Hilfswerk Steiermark. Mein Name ist Alexandra und ich bin deine Gastgeberin. Das Leben ist lebendig und deshalb immer von Wandel betroffen. Es fordert uns heraus, uns weiterzuentwickeln. Regelmäßig sprechen wir mit großartigen Persönlichkeiten rund um das Hilfswerk über die Wandlungen in ihrem Leben. Wir erzählen ihre individuellen Geschichten, Werdegänge und Lebenserfahrungen. Diesmal handelt es sich bei der Wandelsicher-Folge um eine Community-Folge. Die Hilfswerk Instagram-Community wollte eine Folge zum Thema Verbrechen oder Kriminalfälle hören. Wir haben gegrübelt, wie wir das möglich machen und et voilà. Unser Gast Katharina Auer war jahrelang als DGKB in der Strafvollzugsanstalt Grazia Community tätig. Was sie da erlebt hat und welche Meinung sie über unter Anführungszeichen Verbrecher hat, erzählt sie in der aktuellen Podcast-Folge Wandelsicher durch das Leben mit Katharina. In der aktuellen Podcast-Folge ist Katharina bei uns zu Gast. Sie ist Einsatzleitung, Stellvertretung bei den mobilen Diensten. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, ich darf euch alle begrüßen. Ich bin die Katharina und arbeite in Andritz als DGKB. Du warst lange Zeit als DGKB in der Justizanstalt Grazia Community tätig. Wie hast du für dich diese Zeit erlebt und wie hat zum Beispiel ein Arbeitstag bei dir ausgesehen? Also wie es das erste Mal dort war, das kommt dann schon ganz komisch vor, wenn man dann sich vorstellen geht und man meldet sich an und muss sein Handy abgeben und wird dann hinauf begleitet. Es wird in die Tasche hineingeschaut und dann kommt man einmal hinauf, geht durch die Gänge durch. So wie im Fernsehen ist das eigentlich. Dann sieht man da die verschlossenen Türen und Räume. Teilweise kommt man nur gewisse Wege mit Fingerprint hinein und dann ist man einmal dort und schaut sich das alles an. Aber nach einer gewissen Zeit wird es dann schon ein bisschen Normalität und es ist eigentlich wie in einer Ambulanz. Also die Insassen können sich anmelden für einen Ordinationstermin, kann man sagen, für einen Arzttermin. Es gibt Hausärzte vor Ort, Psychiater, Neurologen, Hautärzte, Augenärzte, die sind natürlich immer an einem anderen Tag dort. Und als DGKB unterstützt man halt den Arzt in seiner Tätigkeit. Und mit der Zeit wird es ganz, man sieht es nicht mehr, ob das jetzt ein Insasse ist. Es ist ein ganz normaler Patient. Am Anfang natürlich wirkt es alles ganz dramatisch, sag ich einmal. Und mit der Zeit wird man das gewohnt. Die Kameras, die Spiegeln, dass man ums Eck sieht, dass immer eine Bewachung vor Ort ist, dass natürlich, wenn kurze Wartezeiten sind, dass dieser Insasse bzw. Patient halt dabei eingesperrt wird und erst dann wieder geöffnet wird, wenn er an die Reihe kommt. Und da ist natürlich immer ein Justizbeamter dabei und bewacht diese Tätigkeit. Zum Beispiel ein EKG, wenn du das schreibst beim Patienten, wird da inzwischen bewacht. Viele stellen sich ein Gefängnis bzw. eine Strafvollzugsanstalt sehr komfortabel vor. Ich habe in der Vergangenheit auch mal einen Bericht gelesen, wo behauptet worden ist, dass die Einrichtungen teilweise sogar luxuriös seien. Wie war das bei dir? Wie kann man sich die Räumlichkeiten in der Justizanstalt Grazia Comini vorstellen? Ja, das habe ich auch immer gehört. Man liest da auch von Kuschelgefängnis oder Kuscheljustiz. Also ich muss sagen, wenn man das einmal sieht, von Luxus ist man da wirklich weit weg. Das sind kleine Räumlichkeiten, wo man zu zweit, zu dritt oder mehr in Stockbetten sich da drinnen aufhält. Da gibt es eine kleine Waschgelegenheit, aber auch keine Dusche. Also da ist wirklich nur ein Waschbecken und ein WC und ein Tisch und ein kleines Fenster, wirklich ganz kleines Fenster mit Gittern davor. Und das war es dann eigentlich. Also von Luxus sind wir da ganz weit weg. Das darf man nicht mit einem Hotel vergleichen und ich glaube nicht, dass man dort freiwillig seine Zeit verbringen will. Die Türen sind zugesperrt und wenn jemand was bringt oder braucht, sperrt er diese Speiselucke auf, so wie man das auch im Fernsehen sieht und kann da das Essen hineingeben. Es gibt natürlich auch einen gelockerteren Vollzug, wo tagsüber die Türen offen sind. Da darf man sich halt dann im Gang bewegen und darf so eine Gemeinschaftsküche benutzen. Das kommt wahrscheinlich auf die Straftat drauf an. Ja, das hat mit Freiheit auch nichts zu tun. Also das muss man sich schon bewusst werden. Und wenn man zum Sport geht, das ist auch alles hinter Gittern. Also ich glaube, da sind wir weit weg von einem Hotel- oder Kuschelkurs. Hast du da jemals Angst gehabt während deiner Tätigkeitsausübung oder während den Untersuchungen, wenn das so streng bewacht ist? Hat man da ein ungutes Gefühl? Also ich bin eigentlich kein Angsthase. Sollte man auch nicht sein, glaube ich. Also ich denke immer positiv und ich habe auch mir immer gedacht, was soll, also im Endeffekt, was soll mir jetzt passieren? Ich habe dann eine Art Einschulung gehabt in der Josefstadt in Wien. Das war so eine Woche lang eine Fortbildung für Zivilpersonen in Justizanstalten, also kein Wachpersonal. Und dort war dann auch ein Ausbildner, der hat früher bei der Cobra oder so gearbeitet und dann hat man gelernt, wie man mit Pfefferspray sprüht und so. Dann habe ich mir mal gedacht. Also ich weiß, irgendwie habe ich vorher an solche Szenen gar nicht gedacht. Dann natürlich wird man schon, aber der hat dann auch uns erklärt, wie man sich zu verhalten hat bei einer Geiselnahme, weil es hat ja schon mal eine Geiselnahme gegeben in der Justizanstalt Karlau. Und dann denkt man schon ein bisschen darüber nach. Und es hat schon ein paar Situationen gegeben, die, sag ich einmal, brenzlig waren. Wenn jemand wirklich in einem psychischen Ausnahmezustand ist, dann entwickelt der Kräfte, das hat das was ganz, ja, wo dann wirklich schon einmal die Gegenstände fliegen, sag ich, und wo dann das Wachpersonal kommen muss. Und wirklich, da kommen 10, 15 Leute, um einen Insassen eigentlich zu beruhigen, sag ich einmal. Okay, das klingt zumindest für mich jetzt schon angsteinflößend oder zumindest respekteinflößend. Ist dir schwergefallen, den Menschen in dieser Situation dann neutral zu betrachten? In einem Sozialberuf, also lernt man das, aber man versucht halt von Anfang an, den Menschen zu sehen. Und bei dieser Fortbildung, was damals stattgefunden hat in der Josefstadt, das hat mir eigentlich viel gebracht für meine Arbeit dort. Der Herr, der dort einen Vortrag gehalten hat, der hat halt gesagt, dass man zum Bestrafen und zum Verurteilen ist das Gericht da. Da ist der Richter da. Also für mich, der Klient, der Patient, der, ich habe den nicht zum Beurteilen, zum Verurteilen, zum Bestrafen, er hat seine Strafe bekommen, sein Ausmaß. Das hat ein Richter entschieden, ein Gericht und ich habe dort einen anderen Aufgabenbereich und so habe ich es immer versucht zum Bewerkstelligen. Obwohl ich dazu sagen muss, im Laufe der Jahre wollte ich dann gar nicht mehr wissen, was derjenige getan hat, weil man wird schon beeinflusst. Also man sollte ja jetzt keine Unterschiede machen, ob jemand einen Betrug gemacht hat oder einen Mord. Aber im Empfinden, in der Wahrnehmung natürlich finde ich jetzt einen Betrug nicht so schlimm für mich jetzt. Aber das hat dort eigentlich nichts verloren. Und mir war es dann, wenn ich es nicht aus den Medien erfahren habe, manchmal gibt es ja wirklich Fälle, wo das in den Medien groß geschrieben wird, was derjenige getan hat oder wie auch immer. Aber mich persönlich hat es dann nicht mehr interessiert. Da kann ich dich gut verstehen. Was glaubst du oder was war denn dein Eindruck, warum Menschen überhaupt straffällig werden? Wenn man ins Gespräch kommt einmal mit einem Insassen, dann kommen da schon ganz berührende Geschichten. Bei sehr vielen war halt die Kindheit auch wirklich nicht schön. Teilweise waren schon die Eltern straffällig. Oder ich habe auch einen kennengelernt, einen Patienten, der mir erzählt hat, dass er schon in einem Gefängnis auf die Welt gekommen ist. Der war um die 60 oder so und er war also länger im Gefängnis als in Freiheit. Zwar viele kleine Delikte hat er mir erzählt. Ich habe das nicht überprüft, aber er hat mir das halt erzählt. Aber er ist aus dem nicht mehr hinausgekommen. Also eine Freundin hat mich einmal gefragt, wie ist das so in einem Gefängnis. Und dann habe ich gesagt zu ihr, mir kommt das so vor wie privat daheim. Man ist wie in einer Blase und dann verlässt man die Blase irgendwie zu Hause. Ich habe auch zwei Kinder und man sorgt sich und wenn sie einen Husten haben, dann ist man schon besorgt und besorgt Hustensaft oder wie auch immer und kümmert sich und schaut, dass sie zu ihre Termine kommen, dass sie lernen für die Schule, dass man Ausflüge macht und was erlebt. Und da habe ich schon viele Geschichten im Gefängnis gehört. Also sehr, sehr viele haben wirklich nichts Schönes im Leben gehabt. Und was mir ganz oft gesagt worden ist, sie haben nie eine Anerkennung oder ein Lob bekommen. Und ich glaube, wenn man nie, wenn man wirklich nie einen Zuspruch kriegt oder dass jemand einmal sagt, das hast du gut gemacht oder das ist toll oder du bist super oder ich habe dich lieb. Und man ist vielleicht auch irgendwie wohnt irgendwo, wo falsche Kreise sind, dass man da halt ganz schnell hineinrutscht. Also ich will keine Straftat entschuldigen natürlich. Das hat derjenige gemacht und er wird auch dafür bestraft. Zuerst gilt sowieso einmal die Unschuldsvermutung, bis ein Richter das Urteil ausspricht. Aber es ist für jemanden, der nie Geldsorgen gehabt hat, der ein schönes Leben führt, ist es schon leichter zu sagen, das käme für ihn nie, das würde ihm nie passieren. Oft ist es einfach eine Ausnahmesituation oder man kommt in irgendeine Sucht und findet den Weg da nicht mehr heraus. Man kann wahrscheinlich festhalten, das Leben ist einfach nicht nur schwarz oder weiß. Ist da gerade, wenn du solche Geschichten hörst, die sind ja sehr berührend. Also ich habe jetzt auch die ganze Zeit eine Gänsehaut gehabt, wie du gesprochen hast. Ist es sehr schwer, sich abzugrenzen oder ist es halt in dem Beruf gehört die Abgrenzung dazu, aber diese Geschichten sind schon wirklich sehr berührend, muss man sagen. Immer ist es mir auch nicht leicht gefallen. Ich erinnere mich an einen 23. Dezember, wo ich Dienst gehabt habe und in der Früh hat es da immer diese Substitutionsrunde gegeben, wo man mit einem Beamten durchs ganze Haus geht und dann sehe ich da in meinen Unterlagen, dass jemand morgen enthaftet wird. Und dann wollte ich mit ihm das noch kurz besprechen, also dass er diese Substitutionstherapie am nächsten Tag in einer Apotheke abholen kann, weil er ja enthaftet wird und es ist 24. Dezember dann. Und wie ich ihm das gesagt habe, da ist für ihn eine Welt zusammengebrochen, der wollte gar nicht enthaftet werden. Und ich war irgendwie komplett perplex, weil wer will nicht am 24. in Freiheit sein oder will seine Familie besuchen. Und er hat gesagt, ich sage ihnen, ich habe niemanden, ich habe keine Wohnadresse, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und er hat, er weiß auch nicht, wo er einen Unterschlupf findet. Natürlich gibt es so Stellen, wo man sich melden kann, aber er wollte unbedingt über Weihnachten noch inhaftiert bleiben. Also wie es weitergegangen ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass er dann auf freien Fuß gekommen ist. Aber mich hat es total erschüttert. Für mich war das einfach ganz traurig. Da sprechen wir dann schon von Einzelschicksalen, die auch beim Zuhören schwer ertragbar noch sind. Aber jetzt möchte ich gerne einen kurzen Demenswitch machen. Jetzt frage ich dich mal, hast du schon mal persönlich etwas Verbotenes getan? Vielleicht in der Jugend? Naja, ich habe einmal mit einer Freundin Interrell gemacht. Mit 18 durch Spanien würde ich meine Tochter niemals lassen. Niemals. Damals noch ohne Handy, weil das ist im Ausland gar nicht gegangen, dieses Wertkartenhandy. Also wir haben dann immer über eine Telefonzelle die Eltern angerufen. Ich komme aus einem ganz kleinen Ort, Riegersburg und dann quer durch Spanien mit meiner Freundin und wir haben uns geschworen, beim Hinunterfahren, wir stoppen nicht, wir steigen bei niemandem ein, den wir nicht kennen. Dann sind wir ausgestiegen, hat uns der Erste angesprochen, ob er uns nach Madrid mitnehmen soll und wir sind schon im Auto gesessen. Verboten war es wahrscheinlich auch nicht, aber wir haben da ganz frei gelebt und haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben Einladungen angenommen, sind auch auf Privatpartys gegangen und so. Also das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Wenn man die Geschichten in der Justizanstalt kennt und da schon viele Verbrechen passieren und dass man da wirklich auch irgendwie Drogen untergeschoben bekommen kann oder wie auch immer. Also wir haben damals überhaupt nicht an sowas gedacht. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Aber wir sind gut wieder beide nach Hause gekommen. Also frei nach dem Motto, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Wir haben jetzt viel über deine Vergangenheit und deine Tätigkeit in der Justizanstalt gesprochen. Was war denn für dich die Motivation von dort zu wechseln und beim Hilfswerk anzufangen im mobilen Dienst? Also ich habe fünf Jahre dort gearbeitet in der Justizanstalt und dann habe ich durch die Pandemie, muss ich sagen, habe ich das dann richtig gemerkt. Ich bin acht Stunden bei der Arbeit eingesperrt, unter Anführungszeichen auch zu Hause eingesperrt, weil man dann noch in Quarantäne ist und wirklich nicht vor die Tür gehen darf. Also dann wird dann das erst richtig bewusst und ich habe für mich gedacht, ich brauche irgendwas, wo ich mich freier bewegen kann, wo ich meine Zeiten mir ein bisschen selbst gestalten kann und dann bin ich einmal auf die Suche gegangen, was so für mich passen würde und bin in Antritts gelandet und das gefällt mir sehr gut. Für uns ist dieser Wechsel auf jeden Fall sehr positiv. Ein Wechsel ist ja per se eine Veränderung. Du hast schon viele Menschen kennengelernt. Glaubst du daran, dass Menschen sich von Grund auf verändern können? Wenn man die Statistik anschaut, eher nicht, aber ich denke eigentlich immer positiv. Natürlich gibt es, glaube ich, Menschen, die auch nach einer Gefängnisstrafe wieder ein unter Anführungszeichen normales Leben führen. Ich glaube aber, sehr, sehr viele kommen aus dem Ganzen nicht mehr heraus. Obwohl, ein Beispiel, ich bin einmal mit der Schlossbergbahn mit meinen Kindern, habe einen Ausflug gemacht, bin hinaufgefahren und plötzlich sagt jemand zu mir, hallo, Schwester Katharina. Und dann war es ein ehemaliger Insasse, der ist mit 17, glaube ich, schon verurteilt worden, war ja bei einer Party, da wurden Drogen genommen und getrunken und da ist er halt irgendwie in so eine Geschichte verwickelt gewesen und ist dann inhaftiert worden und hat seine Strafe abgesessen. Und er hat mir dann erzählt in der Schlossbergbahn, dass er von dem allen weg ist. Er hat eine Lehre beginnen können und seine Mutter und seine Tante unterstützen ihn da. Und er hat neue Freunde gewonnen und er war ganz glücklich und er macht da jetzt einen Ausflug. Und dann habe ich mir gedacht, hat es mich eigentlich sehr gefreut, dass es auch solche Beispiele gibt. Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich auch ganz viel Lebenserfahrung bei dir raus. Wie hast du dich denn als Person im Lauf deines Lebens verändert? Ich sage immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon so viele Geschichten gehört und erlebt, dass ich mir gedacht habe, das glaubt einem ja gar niemand, wenn man das dann erzählt. Aber für mich persönlich habe ich wirklich sehr viel dazugelernt. Ich versuche wirklich keine, auch jetzt in der Hauskrankenpflege, familiäre Verhältnisse, Wohnumstände. Ich versuche das wirklich nicht zu verurteilen oder beurteilen. Das nimmt man so hin, wie es ist. Also ich sehe das, ich nehme das so hin, wie es ist und man sieht wirklich sehr viel. Und man will das auch nicht schlechtreden oder gutreden, sondern ich versuche jeden so zu nehmen, wie er ist. Jeder ist anders, jeder hat eine andere Meinung. Das fällt manchmal schwer, aber ich habe da glaube ich wirklich sehr viel dazugelernt. Es macht mir nichts aus, ich kann das wirklich annehmen. Also auch wenn ich mir denke, ich würde das ganz anders machen oder ich bin da ganz anderer Meinung. Ich kann damit glaube ich relativ gut umgehen und das hat mir sehr viel gebracht. Du hast erzählt, dass du deine Tochter niemals den Roadtrip machen lassen würdest, den du gemacht hast. Fällt es mit den Jahren schwerer an das Gute, Menschen zu glauben? Ja, leider. Ich glaube, man verliert die Unbeschwertheit, wenn man weiß, was alles passieren kann, was alles gibt. Also das ist schon schwierig, dass man, obwohl ich gegenüber anderen Arbeitskollegen, muss ich sagen, war ich in der Justiz eh noch diejenige, die da glaube ich noch am wenigsten ängstlich war, hätte ich das Gefühl gehabt. Aber natürlich sieht man viel und man hört viel und das muss man schon auch sich immer wieder vor Augen halten, dass man auch das Unbeschwertheit nicht verliert. Also wenn ich jetzt abends nach Hause gehe, sollte man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit an eine Straftat denken oder man geht noch eine Runde woken. Ich bewaffne mich da jetzt nicht, also ich gehe trotzdem noch befreit woken, sage ich einmal. Aber man muss sicher daran arbeiten, weil niemand will ständig mit einer Angst leben. Hast du Strategien, die dir geholfen haben, wenn du doch Ängste hattest oder in einer unruhigen Stimmung warst? Also man muss sich unbedingt, das ist wahrscheinlich in jeder Arbeit, im Sozialbereich sowieso, man muss sich unbedingt einen Ausgleich suchen. Also ich lese sehr, sehr gerne sehr viel und das hat mich auch immer wieder heruntergeholt. Oder eben wirklich Spaziergänge durch den Wald mit einer Freundin, wo man das alles bespricht. Das gibt mir nach wie vor, jetzt auch in der Hauskrankenpflege, ich bin sehr, sehr gern draußen und mir gibt es auch ganz viel. Andere machen was anders oder... Aber ich würde schon sagen, man braucht irgendwas, wo man dann von dem Ganzen einmal weg ist, um da einfach abzuschalten. So, jetzt habe ich wieder mal eine Leserin da bei mir, jetzt kann ich dich fragen, gibt es aus deiner Sicht ein Buch, das jeder gelesen haben sollte? Also ich habe viele Lieblingsbücher, aber momentan würde ich das Buch empfehlen, der Wahl und das Ende der Welt. Aber ich lese auch ganz gerne so Familien, Saga, Romane, Thriller und Verbrechensgeschichten, die habe ich dann eher weglassen. Das macht Sinn, dass man nach einem Tag in der Strafvollzugsanstalt das Krimi lesen sein lässt wahrscheinlich, ja. Gab es jemals einen Moment, wo du deinen Beruf sein lassen wolltest? Ich bin schon 18 Jahre Diplom-Krankenschwester, da erlebt man vieles. Natürlich habe ich mir manchmal gedacht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich möchte Zuckerbäckerin sein oder so, mal nicht irgendwie nur mit traurigen Geschichten zu tun haben. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, der für mich passt. Also ich bin mit Leib und Seele Krankenschwester. Ich bin sehr, sehr gern mit Menschen zusammen. Ich lerne auch gern ganz unterschiedliche Menschen kennen mit unterschiedlichen Geschichten. Und das hat mich geprägt und ich glaube, das brauche ich auch. Du hast auf alle Fälle einen sehr abwechslungsreichen und besonderen Beruf gewählt. Was ist basierend auf deiner Erfahrung im Leben besonders wichtig? Nachdem ich auch in einem Gefängnis als Krankenschwester gearbeitet habe, muss ich sagen, ist das höchste Gut die Gesundheit und die Freiheit. Also wenn man 23 Stunden in einem Haftraum eingesperrt ist, das muss man sich mal vorstellen. Und eine Stunde darf man dann in einem betonierten Hof spazieren gehen. Also da muss man sagen, das ist nicht so ohne. Und man kann nicht selbst entscheiden, jetzt gehe ich einkaufen, jetzt gehe ich spazieren, jetzt mache ich meinen Kaffee, jetzt gehe ich eine Runde. Also ich glaube, das ist wirklich das höchste Gut. Und die Gesundheit natürlich auch, weil wenn man nicht gesund ist, dann ist man da auch sehr, sehr eingeschränkt. Das sind, glaube ich, für mich die wichtigsten zwei Dinge. Ich kann deine Antwort jetzt wirklich gut nachvollziehen. Ganz zum Schluss würde mich noch interessieren, wofür bist du am dankbarsten? Also besonders dankbar bin ich für meine Familie, für meine Kinder, für das, was ich eigentlich schon erleben durfte. Und für Freundschaften, die ich habe knüpfen können, einfach schöne Erinnerungen oder Erlebnisse. Und ich versuche wirklich zufrieden zu sein und die Zeit zu genießen. Und wenn ein Tag einmal nicht so läuft, dass man das dann auch abhaken kann und wieder am nächsten Tag neu starten kann. Das war Wandelsicher. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann empfiehlen uns doch weiter. Alle Episoden und Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen sowie Neuigkeiten rund um das Hilfswerk findest du auf unserer Website unter www.hilfswerk-steiermark.at Oder besuche unsere Social Media Portale. Du findest das Hilfswerk Steiermark auf Facebook und Instagram. Bis bald und wir hören uns. Bis bald. Bis bald. Lingương distrib drill hvis Sapk지도. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.